Wenn ihr euren PowerShell-Code auf Geschwindigkeit optimieren wollt, dann macht es Sinn, Zeiten zu messen. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, um zu messen, wie lange die Ausführung von einem Stück PowerShell-Code dauert. Eine einfache Möglichkeit ist das Commandlet measure-command. Es nimmt einen Skriptblock entgegen, also ein Stück PowerShell-Code, der dann natürlich auch ausgeführt wird. Ein einfaches Beispiel. Ich nehme das Commandlet, also measure-command, schreibe dann geschweifte Klammern und innerhalb dieser geschweiften Klammern schreibe ich meinen Code rein, den ich messen möchte. Zum Beispiel das Commandlet get disk. Dann führe ich die Codezeile einmal aus, indem ich auf F8 auf meiner Tastatur drücke. Und wir haben jetzt hier auch gesehen, die Ausführung hat einen kleinen Moment gedauert. Ich ziehe mir mal die Konsole, das Terminal hier ein bisschen größer und dann sehen wir hier die komplette Rückgabe. Aber wir können auch mehr als nur ein einzelnes Commandlet da reinschreiben. Hier ein Beispiel, bei dem eine Schleife ausgeführt wird, also ein bisschen längerer Code. Erstmal lösche ich mir get disk weg und gehe in eine neue Zeile. Das funktioniert auch trotzdem, solange der Code, den wir messen wollen, sich dann innerhalb von den geschweiften Klammern befindet. Und hier schreibe ich jetzt einfach mal eine Vorschleife rein und wie man so oft macht, ich nehme auch einfach die Variable i, um damit zu messen. Und ich sage mal 100 Durchgänge möchte ich gerne machen und dann hier nochmal geschweifte Klammern für den Block, der dann jetzt immer wieder durch meine Schleife ausgeführt wird. Und da mache ich einfach eine Ausgabe Hallo und dann Dollar i, also dass dann da Hallo steht und er so ein bisschen hoch zählt. Dann führe ich das Ganze jetzt hier nochmal aus und auch hier haben wir nach einiger Zeit eine Rückgabe. Sowohl bei dem ersten kurzen Beispiel als auch jetzt hier bei dem längeren Beispiel. Die Rückgabe hier ist ein Timespan-Objekt mit mehreren Eigenschaften. Ich würde hier in der Regel mit den Eigenschaften arbeiten, die mit Total anfangen, also zum Beispiel Total Milliseconds. Die zeigen nämlich die komplette Dauer. Aber auch die Zeitangaben ohne Total davor können einen ganz guten Überblick geben. Zum Beispiel sehe ich jetzt hier, dass es 13 Millisekunden und 0 Sekunden und 0 Minuten und so weiter ist. Also wenn es mehr als jetzt die eine Einheit ist, also wenn es mehr als 1000 Millisekunden wäre, dann gibt das obere halt auch eine ganz nette Übersicht. Was euch jetzt aber vielleicht aufgefallen ist, die eigentliche Ausgabe von den Befehlen, die wir messen, die ist gar nicht sichtbar. Zumindest die Ausgaben, die in die normalen Output-Streams reingeschrieben werden. Eine Ausnahme ist dann da Write-Host. Also wenn wir Write-Host verwenden, dann schreibt das zwar auch in den Information-Stream, aber sorgt außerdem noch dafür, dass die Ausgabe direkt an den Konsolen-Host gesendet wird. Wenn ich jetzt also Write-Host verwende, um den Text auszugeben, dann funktioniert es so, wie man sich das vorstellt. Also da kriegen wir jetzt tatsächlich auch die ganzen Ausgaben noch in der Konsole. Aber das ist halt auch nicht für alle Szenarien geeignet. Und irgendwie sind wir dann auch schon wieder dabei, irgendwelche komischen Workarounds zu finden. Also es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit nämlich, um Zeiten in der PowerShell zu messen, ist mit dem .NET-Objekt Stopwatch, also zu Deutsch Stop-Uhr. Wenn wir jetzt die Ausführungsdauer von einem Stück PowerShell-Code messen wollen, dann starten wir einfach davor die Stop-Uhr und beenden sie nach dem Code. Anschließend können wir dann auf die Stop-Uhr drauf gucken und uns unser Ergebnis anzeigen. Am schnellsten geht das so. Wir erstellen uns erstmal eine Variable, in die dann unser Stop-Uhr-Objekt kommt. Das können wir erstellen, indem wir in eckigen Klammern System.diagnostics.stopwatch reinschreiben. Also das ist dann die Klasse, von der wir das Objekt uns erstellen wollen. Und mit Doppelpunkt, Doppelpunkt, Start, New und dann einmal runde Klammer auf und zu, rufen wir eine Methode aus dieser Klasse auf. Diese Methode macht zwei Dinge. Erstmal instanziert sie das Objekt von dieser Klasse, also ein Stopwatch-Objekt. Und sie startet auch direkt den Stopwatch-Timer, also drückt quasi auf der Stop-Uhr auf Start. Theoretisch könnte man auch erst das Objekt erstellen und dann den Messvorgang starten. Aber ich finde es so cooler, weil es weniger Code ist. Anschließend nehmen wir unseren PowerShell-Code, den wir messen wollen. Zum Beispiel einfach irgendwie eine Textausgabe oder irgendwas. Und dann danach müssen wir natürlich noch den Stop-Uhr-Vorgang beenden, die Messung beenden. Das können wir machen, indem wir nochmal unsere Stopwatch-Variable nehmen. Da ist jetzt ja unser Stopwatch-Objekt drin und dann rufen wir die Stop-Methode auf. Dafür einen Punkt dranhängen und dann Stopp und dann runde Klammer auf und zu. Und damit ist die Messung beendet. Allerdings nur beendet. Das Ergebnis wird uns noch nicht angezeigt. Um das Ergebnis zu sehen, gucken wir in die Stopwatch-Variable rein und schauen uns die Elapsed-Eigenschaft an. Also abgelaufen würde das ungefähr übersetzt bedeuten. Das liefert uns wie eben auch schon die Measure-Command-Funktion ein Timespan-Objekt zurück. Also ein Zeitspannen-Objekt. Gut, füllen wir einmal den ganzen Code aus und wir sehen eine ähnliche Rückgabe wie eben. Aber hier drüber steht dann auch noch die Ausgabe von meinem Code, den ich ausgeführt habe. Das hatten wir jetzt ja eben bei der Measure-Command-Variante nicht. Ansonsten ist es genauso wie eben. Also wir können hier entweder auf den oberen Bereich gucken ohne Total oder bei den unteren immer mit Total. Da könnten wir zum Beispiel uns die Total Milliseconds angucken. Also hat 3,1 noch was Millisekunden jetzt gedauert, um diesen Code auszuführen. Egal welche der beiden Möglichkeiten ihr verwendet, es macht Sinn nicht nur einmal zu messen, sondern mehrfach. Und je nachdem was ihr messt, können die Ergebnisse auch schon dadurch verfälscht sein, dass etwas zwischengecached wurde oder halt noch nicht zwischengecached wurde. Also zum Beispiel, wenn ihr ein Commandlet verwendet, was aus irgendeinem Modul kommt. Wenn ihr noch kein anderes Commandlet aus dem Modul ausgeführt habt und das Modul nicht schon explizit geladen habt, dann versucht PowerShell erstmal das Commandlet zu finden. Und wenn es das Modul dann gefunden hat, dann wird das Modul geladen und dann erst wird das Commandlet ausgeführt. Dadurch kann dann die erste Ausführung von einem Befehl länger dauern als alle weiteren späteren Ausführungen. Also in den meisten Fällen fahrt ihr dann besser, wenn ihr das entsprechende Modul schon vorher mit dem Commandlet Import Module ladet und dann testet. Also um sicher zu gehen, dass die Testergebnisse nicht dadurch verzerrt werden. Hier mal ein kleines Beispiel, wie man ein Stück Code mehrfach testen könnte. Zunächst einmal definiere ich mal eine Variable namens AllTests, also alle Tests. Und da kommt eine Generic List rein. Das ist eine Alternative zu einem Array. Ich benutze das jetzt hier anstelle eines Arrays, weil ich dann den Code, den ich gleich mehrfach testen möchte, wo ich die Performance mehrfach messen möchte, den werde ich durch eine Schleife wiederholt ausführen. Und wenn ich jetzt aus einer Schleife in ein Array reinschreiben will, dann wird es manchmal ein bisschen schwierig und mit so einer Generic List geht es einfacher ohne irgendwelche Performance Probleme. Gut, dann nehme ich jetzt hier eine Schleife, wo ich dann meinen Code wiederholt ausführen möchte. Ich sage mal 1000 Mal. Das ist, glaube ich, ganz nett. Das könnte uns dann einen guten Überblick geben. Und genau wie eben auch schon bei der einzelnen Messung, nehme ich jetzt halt einmal eine Stopwatch. Dann kommt mein eigentlicher Code. Also ich nehme jetzt einfach nur eine Textausgabe. Aber man kann natürlich jetzt hier auch mehr testen als nur eine Zeile. Das ist jetzt halt einfach nur ein einfaches Beispiel, damit das jetzt hier auch nicht zu voll wird auf dem Bildschirm. Wenn dann also unser ganzer Code ausgeführt ist, den wir testen wollen, dann greifen wir nochmal auf unser Stopwatch-Objekt zu und führen da die Stopp-Methode aus. Also halten die Stoppuhr an. Das Ergebnis steckt jetzt ja in der Eigenschaft elapsed von dem Stopwatch-Objekt. Allerdings ist das dann ja erstmal nur von einer Messung. Wir machen aber 1000. Damit ich dann im Nachgang wieder auf diese Ergebnisse zugreifen kann, kommt jetzt meine Generic List von eben ins Spiel. Also nehme ich einmal die Variable allTests, also meine Liste, und rufe dort die Add-Methode auf. Also Punkt Add hänge ich ran. Und dann in runden Klammern kann ich dann das reinschreiben, was ich anhängen möchte. In meinem Fall ist das dann wieder die Elapsed-Eigenschaft. Und ich muss natürlich gucken, dass diese Eigenschaft auch von den runden Klammern umschlossen ist, damit das jetzt hier auch wirklich als Parameter von der Funktion entgegengenommen wird. Okay, das ist alles, was wir für unsere 1000 Tests brauchen. Ich führe den Code einmal aus, indem ich auf STRG F5 drücke. Und wir sehen hier auch, dass der Code so ausgeführt wurde, dass ich die Rückgabe hier sichtbar in der Konsole sehen kann. Das war mir jetzt wichtig. Aber das Messergebnis sehe ich jetzt hier noch nicht. Um das zu sehen, kann ich nochmal in meine Variable allTests reingucken. Ich gucke erstmal nur so rein, markiere mir die Zeile und drücke auf F8. Und jetzt rattern mir hier so die ganzen einzelnen Ergebnisse runter. Aber das ist natürlich ein bisschen unübersichtlich. Das hilft mir noch nicht so. Ich drücke mal STRG C, um das abzubrechen. Was ich jetzt stattdessen mache, ist hinten an allTests nochmal Punkt Total Milliseconds ranzuhängen, sodass ich dann nur auf die Total Milliseconds-Eigenschaft von jedem einzelnen Objekt in dieser Generic List zugreife. Wenn ich das jetzt nochmal mit F8 ausführe, dann wird es schon ein bisschen übersichtlicher. Da sehe ich dann quasi die Millisekunden-Werte von jedem einzelnen Testdurchlauf. Aber ich möchte ein bisschen mehr als einfach nur jeden einzelnen Test hier aufgelistet bekommen. Dafür pipe ich mir das Ganze jetzt in das Commandlet MeasureObject, also MeasureObjekt, nicht Command, wie wir es weiter vorne im Video verwendet haben. Und ich gebe ihm noch ein paar Parameter mit, nämlich einmal Average, also Durchschnitt. Den möchte ich wissen. Dann noch Maximum und auch Minimum, sodass wir da noch ein bisschen mehr Werte bekommen. Und dann führe ich diese ganze Zeile nochmal aus, drücke also auf F8 und kriege dann hier so eine Gesamtübersicht. Also erstmal kriege ich hier den Durchschnittswert. Bei meinen 1000 Ausführungen hat es durchschnittlich 1,2 Millisekunden gedauert, um es auszuführen. Aber ich sehe auch, dass hier auch ein paar Ausreißer mit dabei waren. Einmal hat es auch 42 Millisekunden gedauert, aber manchmal auch nur 0,13. Ich führe mal spaßeshalber nochmal meinen ganzen kompletten Code aus, indem ich STRG F5 drücke und gucke mal, ob die Messung damit vergleichbar ist. Und sehe, jetzt habe ich hier sogar nochmal einen Ausreißer mit 95 Millisekunden. Und ja, dann kann man halt gucken, woran liegt das jetzt, dass er da manchmal einen Ausreißer hat. Aber jetzt hier, ich denke, das ist sowieso bei einer Textausgabe alles nicht so relevant. Unter 100 Millisekunden für eine einzelne Ausführung, alles kein Problem. Aber wenn ich jetzt hier mehr Befehle ausführen würde und das alles eine längere Zeitspanne dauert, also dass er dann vielleicht manchmal Ausreißer hat, dass es statt einer halben Sekunde 5 Sekunden dauert, dann würde ich da schon nochmal ein bisschen genauer reingucken wollen. Jetzt hier ist mir das egal. Und man kann die Daten bestimmt auch noch besser aufbereiten als jetzt hier mit Measure Object. Also man könnte die sich bestimmt auch noch irgendwo in Excel reinladen und dann da schöne Diagramme sich draus bauen und anders mit den Werten arbeiten. Aber für die meisten Szenarien hat mir das hier so eigentlich immer ausgereicht. Okay, das war alles, was ich euch zeigen wollte zu Performance von PowerShell Sachen messen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es nützlich fandet, dann lasst bitte ein Like hier auf YouTube da. Bei Fragen oder Feedback schreibt gerne einen Kommentar unter das Video. Und ansonsten, wenn ihr Lust auf noch mehr PowerShell Tipps und Beispiele habt, dann schaut mal in diese Playlist hier. Oder wenn ihr PowerShell von Grund auf lernen wollt, dann schaut in diese Playlist. Das ist mein kostenloser PowerShell Kurs hier auf YouTube. Danke fürs Reinschauen, haut rein! Danke fürs Zu PC. Ich bin stranded. Untertitelung des ZDF, 2020